Wir sind hier geboren, oder? Das ist Kaisanna. Ich versuch mal im Video zu sagen, weil das ist unser Betracht. Hallo, Mama. Hallo, Kinder. Hallo, Mama. Guten Tag. Alles gut bei euch? Warum sagst du heute, Mama? Ich mut' gleich zu einer afrikanischen Party. Ja. Hola. Ein Mädchen heiratet, aber ich glaub' nicht, dass sie eine junge Frau ist. Oh! Wenn meine Kinder nicht eine junge Frau sind. Hm. Laua, kubak. Warum gehst du weg? Die Tochter von... Bist du ja schon da unten weg? Ist schon weg? Mama? Mein Leid bin Leid. Ich hab' noch nie nichts gemacht. Ich hab' sogar kein... Gut für dich. Sonst mach' ich Messer. Mach' ich Messer. Nimm's weg. Weißt du was? Weißt du was? Ich hab' jetzt keine Zeit mehr. Ne? Ich muss jetzt diese Rotsatel, kochen, alles machen. Okay? Ihr müsst alles sauber machen. Kleider, Wohnung... Mama, die Mama... Ich muss jetzt alles gleich sagen. Mama, man kann doch nicht mit mir spielen. Nein! Ich bin kein Deutscher. Ich bin ein afrikanischer. Bei mir macht man keinen Spaß. Okay, Mama, du bist immer so... Du bist immer so... Immer Spaß, 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 Spaß. In meinem Bauch hast du immer so gemacht. Mama... Du hast den Griff. Mama... 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 Okay, Mama... Okay, Mama... Ich will jetzt. Wenn ich zurückkomme, dass ihr gar nichts gemacht habt. Wolle ich bring' euch um. Und solche Kleid will ich nicht meine Wohnung sehen. Das ist so ganz normal. Ist das klar? Immer ob das Pujama ist oder sowas, ist mir scheißegal. Okay. Bis gleich. Tschüss, Mama. Du... Ein scheißige Mäle. Jesus Christ! Ich bin okay. Jetzt... Ich will ja... Ich will ja... Ich will ja... Ich will ja... Mama... Mama kommt... Ihr muss ja... Das andere Kramot, sie... Mama, du sagst... Mama kommt in zwei Stunden... Und wenn... Nach einem Minuten bevor sie kommen... Ja, ich sag... Ich will... Dann kann sie... Ich will ja... Ich will ja... Danke, Baby. Danke, Baby. Okay... Okay... Wir können jetzt kommen. Ja... Wir machen alles schön aus. Ja... 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 Hallo... Hallo... Oh, Mama ist da! Mama... Ich wusste nicht... Wo seid ihr? Ähm... Ich hab dich gesehen. Warum... Wo gehst du? Wo gehst du? Mama... Ich glaub nicht, dass du dich geduscht hast. Von durch... Komm nicht gerne rein. Das glaub ich nicht. Warte, ich probier mal... Ich probier mal... Ob du dich geduscht hast. Nee, hast du nicht. Mama... Guck mal... Meine Haut... Deine Haut... Mama... Guck doch mal... Ich hab wirklich geduscht. Aber dein Duschgeld war irgendwie komisch. Das ging nicht weg. Ah... Ich arbeite morgen... Morgens... Abends... Und eure Kindergeld... Ich seh das überhaupt nicht. Weil... Ich weiß nicht... Was macht ihr mit... Eure Kindergeld? Mama... Engel... Und jetzt sagt... Halt die Klappe! Wenn Mama redet... Darf keine Kinder mehr reden. Ist das klar? Ja... Habt ihr schon sauber gemacht? Ja... Ja... Ich glaube... Deine kleine... Eure kleine Schwester hat euch gewollt. Ja... Siehst du? Mama... Ich war total... Ich konnte nichts machen... Umwacht... Umwacht... Huuu... Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Wie war das? Ich habe noch alles sauber gemacht... Obwohl ich kampf war. Sie hat alleine... Hab dich gefragt... Du... Deine Zimmer... Mama... Diese kleine Hexel... Ich hab... Siehst du? Sie ist nicht wie ich das Hexel ne? Sie ist deine große Schwester... Egal ob sie dich... Hexel oder Monster... Halt die Klappe! Sonst nenne ich es auch... Hey Schätze... Mama... Mama... Ich bin so müde von dieses Zuhause... Ich will lieber sterben... Mama... Ihr seid so geschmückt... Wo wollt ihr denn... Sie war draußen... Heute ist Samstag... Wo wollt ihr denn... Sie hat mit einem Jungen getroffen... Unser Nachbarin... Habe ich dir doch gesagt... Der Alexandra... Unten... Nachbarin... Nachbarin... Ich hab doch nur mit so... Sandra getroffen... Sandra ist doch ein junger Name... Mama... Mit Sandra Bruder... Mama... Guck mal... Guck mal mein Handy... Das ist ihr Handy... Sie schreibt jeden Tag... Dieses Mädchen ist sexy... Du kennst mich doch Mama... Ich bin doch wie du... Ich sag mal die Wahrheit... Du bist wie mich? Ja... Wie ich? Ja... Wie Netschel... Mama... Wir haben doch alles gemacht... Ich glaube... Ihr muss ja nach Afrika... Ja... Ihr muss nach Afrika... Nur drei Jahre dort zu bleiben... Nach Afrika... Das machen wir... Afrika ist besser als hier... Afrika ist besser als hier... Afrika ist besser als hier... Mama... Ich bin müde davon... Jedes Mal... Jedes Mal... Machst du Creator... Jedes Mal... Machst du Politik... Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ich bin jetzt kaputt... Ich bin moeide... Ich muss jetzt schlagen... Gute Nacht... Oh mein Gott... Wie mag man nach Theater...